Tag der offenen Tür in der Asklepios Klinik Schildautal-Sesen. Medizin und Pflege hautnah erklärt. Besucher können faszinierende Einblicke in die Fachbereiche und Stationen der Asklepios Klinik gewinnen. Zu sehen gibt es einiges. Begehbare Gehirn- und Schlafphasenmodelle, Rundgänge bei der Neurochirurgie und im Herzkatheterlabor, Motorradunfälle werden nachgestellt, Passanten konnten sich als Ersthelfer versuchen. Über 300 Besucher erfahren, wie Klinik und Rettungsdienst zusammenarbeiten. Die Innere Medizin und Kardiologie geben Einblicke in die Diagnostik, Behandlung und Pflege. Die Geriatrie zeigt die Besonderheiten der Altersmedizin. Besucher können erleben, wie es ist, älter zu werden. In einem nachgestellten Hightech-Operationssaal kann man sich selbst als Chirurg versuchen. Die Sesener Klinik ist bundesweit bekannt für ihre Spezialisten aus der Neurologie, der Neurochirurgie, der interventionellen Neuroradiologie und der interventionellen Kardiologie. Patienten werden dort seit Jahren auf international anerkannt hohem Niveau diagnostiziert und therapiert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017